Grob geschätzt bei jedem Video und jeder News zu neuen Objektiven von Sigma und Tamron und auch anderen Drittherstellern, gibt es mittlerweile die Frage, warum gibt es das eigentlich nicht für Sony, ganz speziell immer bei Vollformat-Objektiven und auf den Sony Full E-Mount bezogen. Ich probiere euch in der heutigen Folge diese Frage mal zu erklären. Eigentlich ist das Thema schnell erklärt. Es geht, wie so oft im Leben, um das Gute, Geld. Aber um es ein bisschen genauer zu machen, zwei grobe Perspektiven, die dann auch wieder im Thema Geld münden werden. Aber einfach, damit ihr so ein kleines Verständnis bekommt, warum es denn so wenig Objektive von Drittherstellern, vor allem Etablierten, für den Sony Full E-Mount gibt. Der erste und wichtigste Punkt lässt sich übrigens prinzipiell auch auf andere Systemkameras übertragen, also zum Beispiel Micro 430, Fujifilm X und so weiter und so fort, natürlich auch auf Canon EF-M und Nikon One. Dabei geht es um die vergleichsweise geringe Verbreitung dieser Systeme. Jetzt werden viele sagen, Moment mal, DSL-M-Kameras sind doch, nein, DSL-M-Kameras sind weiterhin eine Nische, wenn man sie zumindest im Einzelnen betrachtet. Letztes Jahr wurden immer noch zwei Drittel aller Kameras weltweit grob als DSLR verkauft. Nur in etwa ein Drittel waren DSL-M-Kameras. Das heißt, das große Geschäft der Kuchen sozusagen, das sind weiterhin DSLRs und die Krümel, die so ein bisschen im Rand liegen, das sind weiterhin DSL-M-Kameras. Es gibt einen Trend, ja, aber es geht ja immer noch um den aktuellen Markt, in dem er vielleicht in zwei, drei, vier Jahren aussehen wird. Danach entscheidet sich ja, welche Objektive grob veröffentlicht werden. Und der andere große Punkt ist, wenn man diesen Kuchen nimmt, also die zwei Drittel DSLR, die es immer noch gibt, dann verteilt sich dieser Kuchen zum Großteil auf Canon und Nikon. Ganz wenig Pentax, ein bisschen Sony A-Mount und noch einmal ein ganz großer Teil und über den Daumen gepeilt, 50 Prozent des weltweiten Kameramarktes mit Wechselobjektiven, das ist Canon oder Nikon. Das heißt, wenn jetzt Sigma oder Tamron ein Objektiv entwickeln, können sie mit gerade mal zwei Mounts 50 Prozent aller User erreichen. Potenziell gesprochen, wenn man jetzt auch mal vielleicht Vollformat ausklammert. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt die restlichen 50 Prozent haben will, dann brauche ich den Sony A-Mount, Sony E-Mount, Fujifilm X, Micro Four Third, Pentax, Nikon One, Canon EFM. So, da hätten wir also sieben Mounts, also dreieinhalbmal mehr Anschlüsse, die ihr herstellen und entwickeln müsstet, für die gleiche Anzahl des Marktes. Dementsprechend ist es nicht wirklich zielführend zu sagen, wir bringen das für alle Mounts raus. Lohnt sich aus finanzieller Sicht oft einfach nicht, da es wirklich dieser schon kleinere Markt auch noch viel weiter aufgesplittet ist. Und das ist wirklich ein Riesenproblem in der Entwicklung, denn ihr müsst die Kosten irgendwie reinbekommen. Jetzt werden einige wahrscheinlich anmerken, wie groß dieser Markt ist, ist doch eigentlich vollkommen egal. Die Frage ist ja, wie viele Objektive werden denn für die Kameras gekauft? Das ist durchaus richtig und da gibt es wirklich große Unterschiede. Es ist zum Beispiel so, dass Fujifilm vergleichsweise viele Objektive verkauft, im Vergleich zu den Kameras, die sie haben. Was natürlich daran liegt, dass diese Fujifilm X-Kameras sich primär an professionelle User richten und es auch relativ wenig und eigentlich keine richtig populäre Einsteigerkamera gibt. Also natürlich gibt es die Fujifilm X-A-Serie, aber wenn wir mal ehrlich sind, verglichen mit so einer Alpha 6000 zum Beispiel oder selbst einer Canon EOS M5, ist es einfach kein großer Markt. Das heißt, die Kameras, die Fujifilm verkauft, sind eher professionelle Modelle und da werden dann auch ein paar Objektive verkauft. Fujifilm als Markt ist relativ klein, deswegen lohnt es sich selbst dann nicht. Aber sozusagen das Verhältnis aus verkauften Objektiven zu verkauften Kameras ist da ganz gut. Anders sieht es wiederum zum Beispiel bei Olympus oder Panasonic aus oder auch bei Sony mit der Alpha 6000 zum Beispiel. Da gibt es ganz viele Kunden, die einfach die zum Beispiel Alpha 6000 kaufen, haben das Kit-Objektiv dazu und viel passiert nicht mehr. Das Gleiche natürlich mit einer Canon EOS 1300D, Nikon D3000-Serie. Das sind alles so Kameras, wo erfahrungsgemäß nach dem Kit-Objektiv nicht viel kommt und wenn dann vielleicht ein 50mm 1.8, was dann meistens auch vom Hersteller geholt wird, aber keine Premium-Dritthersteller-Objektive, höchstens wenn es für die Dritthersteller gut läuft, nach irgendeiner Reise zoomen. Aber das heißt, auch da wird natürlich drauf geschaut, wie viel Potenzial hat denn dieser Markt an und für sich und da ist es eben so, dass dieser kleine Markt mit Canon und Nikon von den DSLR-Kameras wirklich sehr viel Potenzial hat, erfahrungsgemäß. Und bei vielen DSLR-Systemen zu dem schon eh sehr kleinen prozentualen Markt auch noch eine teilweise geringere Rate kommt, wie viele Objektive denn überhaupt gekauft werden. Drängt sich natürlich die Frage auf, warum ist es denn eigentlich so aufwendig, so teuer, so kompliziert, ein Objektiv für einen anderen Mount rauszubringen? Hat man da nicht hinten einfach ein bisschen anderen Anschluss, den man dann mechanisch ändert und das war's? Nein, so einfach ist es natürlich nicht. Insbesondere, wenn es um Themen wie Autofokus, Blenden, Steuerung, Bildstabilisator und Co. geht. Insbesondere der Autofokus ist wirklich sehr aufwendig umzusetzen für ein anderes Bajonett, denn die gesamte Kommunikation zwischen den Kameras läuft komplett anders ab. Das heißt, man kann einfach nicht hinten die paar Kontakte ändern, wie sie zum Beispiel Canon oder Nikon braucht und kann dann drinnen mit den gleichen Signalen arbeiten. Da hat einfach jeder Kamerahersteller sein eigenes System. Kleine Ausnahme, Micro-Forceert, das heißt, zwischen Panasonic und Olympus kann man da wechseln, da sich da beide Hersteller auf ein eigenes Format und einen eigenen Standard einigen konnten, den man ja auch in ein paar anderen Kameras noch sieht. Aber sonst ist es wirklich so, dass man die Signale, die von der Kamera kommen, von der Nikon, Sony, Canon nicht miteinander vergleichen kann. Das heißt, die Hersteller müssen da wirklich sehr viel Anpassung vornehmen und insbesondere, wenn der Autofokus sehr kritisch ist, das heißt zum Beispiel bei Sportobjektiven, White-Life-Objektiven, ist der Aufwand natürlich sehr hoch, da man ein sehr gutes Ergebnis haben möchte. Und es geht eben weiter bei der Blendenansteuerung, beim Bildstabilisator, obwohl es da tendenziell etwas einfacher ist. Aber neben den ganz mechanischen Anpassungen, die reinkommen, ist das schon einer der Hauptpunkte. Es gibt aber technisch noch zwei deutlich aufwendige Punkte, als nur die Kommunikation mit der Kamera zu handhaben. Erster nennt sich Auflagemaß. Wie man das Ganze nicht sagt, euer Objektiv ist so konstruiert, bei einer DSLR zumindest, dass grob 4 cm hinter dem Bajonett der Sensor kommt. Das heißt, wenn man scharf stellt, ist 4 cm hinter dem Bajonett die Ebene, auf dem das Objektiv ein scharfes Bild projiziert. Bei einer DSLR-Kamera sind es grob 2 cm, also in etwa hier sitzt für gewöhnlich der Sensor. Dementsprechend sind eben die Objektive einfach ausgelegt von der Konstruktion, insbesondere wie sich die Linsen zum Fokussieren bewegen können. Hat man nun also ein DSLR-Objektiv, das man auf eine DSLR-Bringen will, hat man ein gewisses Problem, denn die Schärfeebene würde immer knapp 2 cm hinter dem Sensor liegen. Ihr habt also immer ein unscharpes Bild. Eine Möglichkeit sind Adapter von DSLR- auf DSLR-Objektiven. Die sind deswegen immer fast genau 2 cm dick. Oder, das macht übrigens zum Beispiel auch Sony oft, man macht einfach die Objektive länger. Das ist dann in etwa das Gleiche, was man auch mit einem Adapter hinkriegen würde. Man setzt also die zum Beispiel 2 cm, die noch oben drauf kommen, hinten am Objektiv ran. Dann kommt erst das Bajonett und dann hat man auf dem Sensor wieder sein scharfes Bild. Nachteil an der ganzen Geschichte, natürlich, die Objektive werden dadurch länger und schwerer, was den Vorteil von so einer DSLR-M natürlich ein bisschen ad absurdum führt. Deswegen wird es nicht gern gemacht, aber es wird gemacht. Schaut euch zum Beispiel mal Bilder vom Sony 24-70 mm an, einmal von der Alpha-Mount-Version und einmal von der E-Mount-Version. Da werdet ihr sehen, dass die E-Mount-Version einfach länger ist. Das heißt, den Platz, den ihr eigentlich mit der DSLR-M einspart, kommt beim Objektiv wieder oben drauf. Und in dem Fall denn bei fast jedem Objektiv. Ausnahme sind zum Beispiel Pancake-Objektive. Da habt ihr dann wirklich einen Vorteil von der Größe. Den letzten und schlimmsten Punkt aus Entwicklersicht habe ich mir glatt nachher aufgehoben und der nennt sich abermals Autofokus. Wer jetzt mit ein paar Fachbegriffen nicht direkt was anfangen kann, nicht abschrecken lassen. Für die Erklärung ist eigentlich nur der Gesamtkontext wichtig. DSLR-Kameras mit Autofokus haben einen sogenannten Phasen-Autofokus. Dieser kann vereinfacht gesprochen aus der Unschärfe herausrechnen, wie weit das Objektiv in eine gewisse Richtung fokussieren muss, um ein scharfes Bild zu kriegen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass es bei DSLR-Kameras öfter mal einen Front- oder Backfokus gibt, da die Kameras eigentlich berechnet, oder man könnte auch sagen schätzt, wie stark muss ich den Fokus verschieben. Das Objektiv macht das, dann wird ausgelöst. Es wird danach nicht nochmal kontrolliert, sitzt der Fokus jetzt wirklich, sondern wirklich nur, es gibt die Daten, okay, du musst zum Beispiel 25 Schritte nach vorne, dann macht das Objektiv das, sagt der Kamera, ey, ich bin jetzt fertig damit, dann löst die aus. So funktioniert das bei einer DSLR-Kamera. DSLR-Kameras nutzen den Sensor und deshalb ganz oft traditionell den Kontrast-Autofokus. Das heißt, der Fokus wird ein kleines Stück verstellt, man guckt, ist es besser geworden oder schlechter. Wenn es besser geworden ist, also der Kontrast ein bisschen höher geworden ist, dann weiß man, es geht in die richtige Richtung. Das Ganze macht die Kamera und das Objektiv so lange, bis es irgendwann wieder schlechter wird, dementsprechend eine Stufe zurück auslösen und ich habe ein schön scharfes Foto. Diese beiden verschiedenen Herangehensweisen setzen eigentlich auch verschiedene Motoren voraus. In klassischen DSLR-Objektiven, zumindest höherwertigen, ist meistens ein Ultraschall-Autofokus verbaut. Dieser ist auch sehr gut für die Art von Belastung geeignet. Das heißt, eine relativ schwere Linsengruppe, vor allem bei größeren Objektiven oder sehr lichtstarken, einmal in Bewegung zu setzen und dann präzise wieder zu stoppen. Das kann Ultraschall-Autofokus-Motor sehr gut. Was er nicht so kann, das ist, sich in sehr kleinen Schritten sehr häufig fortzubewegen. Also es ist tendenziell möglich, aber einfach nicht so effizient, wie es zum Beispiel Schrittmotoren könnten. Dementsprechend sind Firmen wie Sigma oder Tamboron effektiv dazu gezwungen, in das Objektiv auch eine ganz andere Autofokus-Technologie einzubauen. Und da hat man auch noch Anpassungen am Gehäuse, da dann teilweise der manuelle Fokusring anders eingebunden werden muss und, und, und. Natürlich ist ein anderer Motor auch unterschiedlich groß. Quintessenz aus der ganzen Geschichte, man muss de facto ein ganz neues Objektiv entwickeln, denn man hat andere Elektronik drin, die dann zum Beispiel den Autofokus steuert, hat einen anderen Autofokus-Motor, braucht ein anderes Auflagemaß und man muss im Idealfall, wenn man das Auflagemaß nicht verlängern will, eigentlich auch die komplette optische Konstruktion überarbeiten. Dementsprechend ein neues Objektiv und ich hatte es ja schon angesprochen, für einen viel kleiner, feiner aufgeteilten Markt. Beim Sony Full-E-Mount potenzieren sich die ganzen Probleme dann nochmal zusammen, denn der Mount ist wirklich sehr speziell. Einerseits ist es eine DSDM-Kamera, also ein anderes Auflagemaß, gut, das hatten wir schon, dann eine kompakte Systemkamera, das heißt tendenziell andere Autofokus-Technologien, obwohl Sony mittlerweile meistens einen Hybrid-Autofokus drin hat, das heißt, es ist tendenziell nicht mehr ganz so schlimm. Und dazu noch, es ist ein Vollformat-Sensor und das ist ja dann wirklich eine einmalige Kombination, also kompakte Systemkamera, Auflagemaß und Vollformat auf der anderen Seite. Das wird wirklich sehr schwer, das heißt, von diesem grob ein drittes Stück vom Kuchen, was die DSDM-Kameras sind, hat Sony ja auch schon nur noch einen Teil davon und von diesem noch kleineren Stück ist es ein noch viel, viel kleineres Stück, also wirklich nur noch ein Krümel, die Alpha 7 und die Alpha 9 Serie, also die Vollformat-Kameras. Ganz klar, das liegt jetzt auch nicht speziell an Sony, denn Kameras über 1.000, 2.000, 3.000 Euro werden nun einmal von den Stückzahlen viel weniger gekauft, als zum Beispiel eine 500-Euro-Kamera oder eine 600-Euro-Kamera. Aufgrund dieser ganzen Spezialitäten hat man dann beim Sony Full-E-Mount noch das Problem, dass man das Objektiv, das man für die Kamera entwickelt hat oder für die Kameras eigentlich wirklich nur dafür einsetzen kann, denn wenn man ein Vollformat-Objektiv für kleinere Sensoren nutzt, hat man in der Regel viel zu viel Glas und bei DSDM-Kameras soll es ja gerade leicht und möglichst klein sein, das heißt, ein Vollformat-Objektiv auf eine Micro 4-3-Kamera zu packen, verkauft sich einfach nicht so gut. Am Ende noch ein winziger Exkurs zum Thema Betriebswirtschaft im weitesten Sinne. Es gibt einmal Stückkosten und einmal gibt es Fixkosten. Fixkosten ist zum Beispiel Marketing, aber eben auch die Entwicklung. Kleines Beispiel, angenommen die Entwicklung, nicht so nicht realistisch, von so einem Objektiv kostet 1.000.000 Euro und ihr denkt, ihr könnt davon 1.000 Stück verkaufen, das wäre jetzt so ein Sport-Objektiv. Was vielleicht 12.000 Euro kostet, da ist der Markt sehr klein, heißt die 1.000.000 Euro auf 1.000 Stück, 1.000 Euro pro Objektiv. Wäre es jetzt ein Kit-Objektiv, könnte man das vielleicht auf 10.000.000 Stück verteilen und hätte im besten Fall 10 Cent pro Objektiv. Also ihr seht, die Menge an Objektiven macht einen sehr großen Unterschied in der Kalkulation, was denn so ein Objektiv später im Laden kosten wird. Denn auf diese ganzen Kosten, die ihr habt, kommen natürlich noch mal Mehrwertsteuer, Händlermargen und so weiter und so fort drauf. Das heißt, aus den 1.000 Euro Entwicklungskosten wären am Ende 1.500 bis 2.000 Euro erfahrungsgemäß im Laden, die oben drauf kommen würden. Also preislich ein großes Problem. Und das haben Sigma und Tamron zum Beispiel auch. Wenn sie ihre Objektive entwickeln, sie wären am Ende nicht deutlich günstiger als Sony oder die Zeiss-Objektive, die ja auch schon sehr gehoben sind. Und dann wird der Markt noch mal kleiner und müsste eigentlich noch mal teurer werden. Also man kommt da irgendwo in so einen Teufelskreis hinein. Deswegen sind die beiden Firmen schlussendlich sehr, sehr vorsichtig, viel Geld zu investieren in ein neues Objektiv für den Sony Full-E-Mount. Und das, was man für DSL-M sieht, sollte meistens auf möglichst viele Kameras passen, damit man wenigstens noch eine größere Stückzahl hat. Also zum Beispiel auf Fujifilm X, Sony E, Micro 4 Third kann man auch noch, wenn man nur APS-C baut. Aber Sony Full-E-Mount ist einfach so ein kleiner Markt, dass man eigentlich nicht wirklich sinnvoll, das heißt mit einem aggressiven Preis, den Sony nicht bieten kann, eine große Stückzahl verkauft. Ich weiß, mal ein ganz anderes Video, aber es kamen wirklich sehr viele Fragen zum Thema. Wenn ihr noch welche habt, was ich verstehen kann, das für viele eine recht fremde Thematik ist, schreibt sie gerne unten in die Kommentare rein. Und sollte es noch nicht gemacht haben, abonnieren nicht vergessen.